hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge animations roda mit mir gleich jetzt muss ich jetzt mal gucken habe ich überhaupt hier die tina schon drin für diesen rammel kam schauen wir mal rein was da so ein start ist tina habe ich schon drin auf los geht's los gegen animatis rumble tag ja wir nehmen rache animatis hat unsere zweite gilde im ersten mensch besiegt dafür zerstören wir sie jetzt im zweiten mensch photo toxic jetzt ärgere ich mich ein klein wenig durch das gemacht habe ja aber ich habe ja wieder nicht ich muss jetzt erstmal weg da all der fahrer die hat mir jetzt doch relativ viel schaden macht die eine combo aber omec teacher ist schon wieder geil jetzt muss nur noch der teufel bobby wieder geheilt werden und dann sind wir wieder und am start und 94 tschuldigung so match nummer zwei andrew w1667 ich fange jetzt an mit peter und wird jetzt gleich wieder mit drunkenen peter spielen jetzt noch mal nebendran den watcher plus die das wären auch 44 und das wird eine platte 100 so täglich fünf kombos gespielt juhu noch acht matches und die 40 karbon gleich haben lokson lexon wir fangen mit bob an dann gucken wir erstmal mit was lexon da raus das wäre jetzt allerdings schon gleich der first hit sind wir schon mal 42 und immer die zweite karte eine karte die nicht gleich gehittet werden kann das ist unfassbar ich muss immer um die zweite karte kämpfen weil der first hit nur bei der ersten karte gereicht hat daran sieht man halt wieder 42 ist gut aber eben nicht perfekt ein paar pünktchen mehr und das ding geht mit der glatten 100 aus naja gut so sind es immerhin noch 99 geworden so gegen jerry 1981 was machen wir denn hier jetzt hier hätten wir 33 im first hit 33 hätten sogar jetzt völlig ausgereicht ich will gar nicht dass das ding hier wieder so ich wollte mal irgendwas was mir bei denen hätte ich eben gerade am anfang gebrauen können ich will jetzt gleich wieder hochheilen ich will jetzt gleich wieder hochheilen so Nina finden wir das irgendwas 98 man 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 ok weiter gehts NADOLOT, das ist langsam, was sich annervt, ich muss mein Deck nochmal jetzt anschauen. Das werde ich am besten direkt nach diesem Match hier machen, nochmal das Working Girl. Ich meine, es ist voll auf Angriff. Ja, da sind wir mit ihm alleine schon durch. So, nur 87. Ja, Animal BGE ist rum. Ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, jetzt mein Deck komplett umzustellen. Muss ich aber jetzt mal langsam machen, das ist jetzt der zweite Rumble hier. Ich meine, der ist jetzt noch einfach gegen Animate This, aber für die weiteren Rumble Matches sollte da was anderes sein, als das, was momentan drin ist. Und ich kriege jedes Mal Rogers Sexy Shorts. Juchu. Fangen wir mit Bobby an. Na also, endlich mal das Duffington Academy. Es ist schön, da ich auch mal irgendwie eine Karte bekomme, die was mit dem BGE zu tun hat. So, die Katz. Die Biegelschule, die ich auch machen kann, aber die hätte mir eben keine. Na komm schon. Eine glatte 100. Damit sind wir jetzt über 40K. Die schaffen wenigstens die 20 noch. So viel sei ihnen gegönnt. 35. Wir fangen jetzt mal mit der Louise an. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, mit der Louise mit Mr. Business. Das hier wird jetzt nicht mehr reichen. Deswegen setzen wir die Gasattacke ein. Fashion Wrestling. Peter Chicken Fight. Tom Landry Middle School. Tina. Und das war's. Endlich mal wieder eine glatte 100. Juhu. Noch drei Matches zu spielen. Dann haben wir den zweiten Rumble auch schon wieder hinter uns gebracht. Gegenbeiz 98. Der ist natürlich geil. Cigarette Dicks ist natürlich der Overkill. E-Card ist einfach nur eine absolute Bestie. Peter. Snot Rocket Chicken Fight. Zwei Kommos mit Kronen. 100. Noch zwei Matches. Und noch knapp eine Stunde zu spielen. Glock Fan. Zwei Punkt. 41. Mann, 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 Mann. Und mach mal die Tina-Tecke. So. Den Bob. Dr. Dr. Bombenstein. Bender. Und hier noch der Bender Breu. 98. 1 Match noch übrig. 1 Match noch übrig. 2. Danny, P. Oh. Tina? Das reicht nicht. Schlimme Tina. Dafür reicht es jetzt. Eugene Belcher. bürger maskottchen 100 so das war das letzte match animators zerstört würde ich mal sagen match nummer eins hatten sie 32 hier sind es 30 ja da sehen eure punkte ein bisschen anders aus als gegen unsere zweite bei uns cuddly und chris mit einer glatten 1000 ja wahnsinn congrats beide bountie 98 bürger boy 91 der pate 97er junket 96 die trotting 96 ab denn 984 wurf 13 93 98 the king 91 kings 979 herr klar also ich 976 machst 97 bis auf platz 12 uhricke karl 975 brownie 9 74 xane 9 73 jessie 9 71 just a player 970 nattie 9 68 trommie 9 66 lord ado 944 homer jay 9 62 top das 9 95 steglis 9 58 tiefisch um выбene militant 97 r positive robert lunch 56 a�� 95 sonia 91 ¿tennis 49 20 kankus 90RI 859 das bei der nun 16 ernst kann 93 dollar 885 typicas 850 butthole 850 amir palang 840 thomas cookie 827 edgar santos 824 tulare 780 manuel k 776 gamer guy 731 worst 713 henny 380 napoli 237 so damit haben wir aktuell 45 und es geht noch eine stunde ich denke da werden noch ein paar kommen und ja match nummer 2 gewonnen wenn es euch gefallen hat lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt animation so daumen mit mir immer gleich ja rein als ob es an einem schönen Tag